Punisher Part 4 ist eine absolute Drecksherausforderung in Escape from Tarkov. Dadurch, dass wir gezwungen sind, auf der einen Karte zu spielen, wo eigentlich alle Leute nur ins Resort gehen, weil es da den besten Loot gibt, oder außerhalb campen, einen Ampyr holen wollen, sich in den Büschen verstecken, ist das Ganze schwierig. Wir haben es ganz am Anfang einfach Ampyr probiert und wie ihr seht, haben wir hier ein bisschen Gegenwehr von Skeps gehabt, was jetzt nicht das große Problem war, aber sind am Ende doch unten und es gibt wie gesagt nur diesen einen Ausgang von Pyr von oben, von der Tankstelle, vom Busch, angesnipet worden. Wir haben wirklich alles probiert, wir haben es bis zur letzten Sekunde rausgezögert. Letzten Endes war es aber so, wie Punisher Part 4 bei fast allen laufen wird. Man braucht mehr als einen Versuch, 8 Leute, beziehungsweise insgesamt 10 Leute zu töten, mit dieser dämlichen Skeff-Weste, auf dieser dämlichen Map. Hat mich gewisse Lebensentscheidungen überdenken lassen, aber wie ihr hier seht, wir haben es versucht. Richtung Tankstelle, nicht auf die, nicht auf die Mitte, nicht auf die Mitte, nicht auf die Mitte. Auf den Hügel denn, ich meine? Zirka. Wo alle Massenstoffen campen. Ja, 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 ja. Ich weiß mal alles, was hier in die Ecke. Das, das. Und ich laufe mal kurz vor. Guck mal, ob ich noch arbeiten. Ich kann dir gerne sagen, ich glaube, wir haben einen Entschript nicht hier, oder? Guck doch keiner finden. Alter, ich verliere echt viel Leben jetzt. Hm. Ich muss, hilft nicht, scheiß drauf. Gut, ich teste, ob er noch R1. Er schießt schon gleich, also. Klatscht sehr auf mit, Bumme, er schießt nicht. Brauch er ist weg. Der Hurensohn, Alter. Nein, er ist nicht weg. Ja, darf er gucken, ob ich nicht. Ist offen, ist offen. Ich bin tot, ey, genau am Exit. Was für ein Wichser. Nach der Aktion haben wir uns entschieden, eine kleine Runde Lighthouse zu spielen. Runter kommen, ein, zwei Quests machen. Nun ja, runter kommen war wohl nichts. Granate. Er ist da, pass auf, der ist direkt da. Minus. Stark. Ab, zurück auf Shoreline, zwei Kills fehlen für diese Quest. Ich brauche EP in Kilo, ist ja gut. Links läuft was. Oh, oh, links, links, links. Tot. Ja, perfekt. Sehr geil, 30 Sekunden Runde, die Laune wird besser. Weil Tarkov ein Game ist, was einem aber auch keine Fehler verzeiht und was wirklich, wirklich Hardcore sein kann. Ab in die nächste Runde mit den Jungs. Ab ins Resort, wo viel PvP ist, viel Action. Und wie ihr seht, direkt von Anfang an. Ich hab ihn doch gewusst, ich hab ihn gehört. Oh, Digga. Wo ist der hin? Der ist hier, direkt. Digga, bist du drinne? Ich bin drinne. Granate, Granate, im Raufen. Bist du draußen? Ich bin draußen. Ich bin's, ich bin's. Der war da irgendwo. Aber wo? Der ist nach links hin gelaufen. Nee, nee, hier lang, hier lang. Hier. Hier hin, wo ist der? Der hat so viel Schuss gerade bekommen. Hier war ich schon. Meinst du, der ist draußen? Ich weiß es nicht. Der ist auch safe in irgendeiner Ecke und wird sich allen oder so. Der ist halt nach links gelaufen. Der könnte auch draußen sein jetzt. Ach, Mann, ey. Der hat so viel Hits bekommen. Der ist oben. Lass mich kurz nachdenken. Oder unten. Der spielt in P7. Der hat so viel Hits an den Kopf bekommen. Digga. Ich hab mich so wegrasiert. Gehst du schon hoch, oder was? Weiß nicht. Was ist sonst? Ich geh hoch. Der hat so ein Stim reingeballert, oder warst du das? Ich war das. Hast du gesehen, welchen Raum er ist? Nee. Links, links. Hinter der 206. Ich nade. Er läuft da rechts. Er ist runter gedroppt, oder? Ich nade. Ist da nicht ein Drop? Er ist rechts jetzt. Immer noch. Auf deiner Ebene noch? Rechts in der Ecke. Rechts. Oh. Hier drin. Was? Oh, Digga. Ich hasse diese Karte so sehr. Er hat euch gleichzeitig geholt. Ja, ich konnte nicht schießen, weil du vor mir standst. Digga, wie viele Hits hab ich dem verpasst, Mann? Ich hasse dieses Spiel so sehr. Das ist aber gut geschwächt. 430 Schaden in den Körper. Ach, fickt euch doch. Wirklich. Die Jungs sind pennen gegangen. Ich war motiviert. Ich wollte diese Quest erledigen. Problemen bei dem Ganzen. Man wird unaufmerksam. Man wird unaufmerksam. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow. Das war ein Headdy. Alter. Nächste Runde. Nächster Tag. Alle sind dabei. Und wie immer kann man sich drauf verlassen, dass Tarkov ist nicht gut mit einem Rund. Bis man den Headshot kassiert. Alter, Chad. Das war ein Headdy. Hier kommt jetzt der neunte und vorletzte Kill. Den hat der Helm getankt. Ach, Mann, ey. Das Problem ist, dass halt diese Karte, ich kann sie nicht falten, wenn ich nicht weiß, wo sie sind. Ach, du Scheiße. Hast du einen Alpha für mich? Leise? Über uns. Zwei Stück. Ich bin dead, genau auf mich rauf. Ich bin dead, genau auf mich rauf. Ich bin dead, genau auf mich rauf. Nein, noch einer! Nein! Aber reichnast du. Nach über einer Woche wollte der liebe Nikita die Tarkov-Götter, sie wollten mir nur endlich diesen letzten zehnten Kill geben. Ich danke dem jungen Mann, wenn er etwas von mir braucht, sag er sich einfach mal hin. Ich bin so froh. Gönnt euch den zehnten und letzten Kill. Lasst ein Like da, Leute. Lasst ein Abo da. Ich war fleißig die letzten Tage. Aber Chat, ihr dürft euch freuen, ich muss eine halbautomatische Sniper als nächste Aufgabe spielen. Gott sei Dank nicht auf der Karte hier. Nee, danach musst du Parker machen. Mit ner Scheiß-Rüstung, Leute besiegen die gute Rüstung haben. Holy fuck. Na Level 2 Rüstung. Das ist so gut wie gar keine. Aber wenn du jemanden mit einer Pistole triffst. Äh, Wulki, brauchstest du noch einen Gockel? Goldenet? Äh, negativ, negativ. W219 Sun. Ich glaub der ist gut. Ah, ich hab ihn doppelt. Er ist nicht gut. Äh, lauft ihr hin? Lauft ihr draußen? Ja. Aber wir sind draußen da, an der Klippe. An der Klippe? An der Klippe. Ah, es wär so ein schöner Schuss gewesen. Ja, das sind wir draufzählst. Das sind wir. Es wär so ein schöner Schuss gewesen gerade. Ne, hier läuft keiner Landseiler. Landschüsse? Schade. Oh, äh. Auf wen schaffen? Minus. Geschafft! Jaaaa! Guck mal. Er sagt gar nichts. Er sagt nicht, er sagt nicht mal, dass hier einer ist. Nein, ich war konzentriert, Alter. Wo war der denn? Warte, hier. Ist das irgendwo noch eine Mail? Was ist das denn? Ach, die Pumpgun. Chat, ich weiß nicht was der hatte, aber seine... Eine Pumpgun. Weg hier. Oh, die ist geil. Ich... Ja. Weg hier. Geht weg.